Spott, ich hol dich da raus. Ich weiß noch nicht wie, aber keine Sorge, mir fällt schon noch was ein. Komm Spott, benutze das Mauseloch, nichts will raus da. Spott! Das hat Spott wirklich mal gut hinbekommen. Ich bin richtig stolz auf ihn. Komm Spott, ich will hier weg. Hab ihn und jetzt nichts will raus hier. Spott, ich will hier weg. Ich will hier weg. Spott, ich will hier weg. Spott, ich will hier weg. Spott, ich will hier weg. Na nun, ich sehe gar kein Schlüsselloch. Da bleibt mir wohl nur noch die Flucht nach vorne. Und los Spott, ein Typ ist gefragt. Warte, ich mach nur kurz die Tür zu, ich soll ja nicht gleich ganz Askilia den Rauch sehen. Ach, pfeif auf Askilia, bevor ich hier an einer Rauchvergiftung sterbe. Spott, ich will hier weg. Spott, ich will hier weg. Passt. Passt. Ich will hier weg. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ach, hier bin ich. Ich lasse die Tür lieber angelehnt, sonst muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ach, hier bin ich. 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 Er sieht nützlich aus. Zu dumm, dass ich nicht rankomme. Ja, so könnte das klappen. Ach, hier bin ich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Anzeige steht ganz oben. Jetzt müsste der Mechanismus funktionieren. Noch ist nicht alles im Eim. Sieh mal Spot, hier ist eine Wohnung frei geworden. Dachtest du etwa, du könntest auch ewig bei mir wohnen? Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Ein Fahrstuhl? Mal sehen. Klapprige Konstruktion, kein Geländer zum Festhalten, borsche Bretter, zerbasiertes Zugseil, führt in schwindelerredende Höhe und wird von einem komplizierten Mechanismus angetrieben. Ehe, dieser Fluchtweg scheint wie für mich gemacht zu sein. Ich will sogar in meine Zelle.